Hawk Vantage 4-12x40AO Servo, schön, dass ihr reinschaut. Ja, ich begrüße euch ganz herzlich zu meiner heutigen Produktvorstellung. Heute soll es um ein kostengünstiges, aber extrem hochwertiges Ziel von Rohr gehen. Und zwar um das Hawk Vantage 4-12x40AO. Ich werde euch gleich erklären, was die Bezeichnung heißt, für wen das Glas geeignet ist und dann noch ein paar technische Daten. Ich habe gesagt, wir fangen einfach mal mit den technischen Daten an. 34,6 cm lang, etwas über 480 Gramm schwer. Wir haben hier eine 4-12x-Vergrößerung. Die Vantage-Serie gibt es aber auch noch in anderen Vergrößerungen. 2-7, 3-9, 4-12 und so weiter und so fort. Hier haben wir eine 4-12x-Vergrößerung. Das ist eine gute Allround-Vergrößerung. Ab 9 Meter Naheinstellgrenze geeignet. Deswegen auch für uns Luftgewehrschützen super geeignet. Aber auch die Parallaxe lässt sich einstellen bis unendlich. Das heißt, auch für die Schädlingsbekämpfung und für die Großwildjagd super geeignet. Das Glas ist prellschlagfest für alle Kaliber. Es ist stickstoffgefüllt. Es ist wasserdicht. Es ist beschlagfrei. Die Linsen sind 11-fach mehr Schicht vergütet. Das heißt, ihr habt wirklich eine hohe Linsenqualität. Aus meiner Sicht ist die Vantage-Serie die erste sinnvolle, günstige Einstiegsserie. Es gibt zwar auch noch günstigere Gläser. Man findet die auf eBay, Amazon und sonst irgendwas. Aber glaubt mir, wenn ihr wirklich Spaß haben wollt, wenn ihr ein Glas für eine extrem lange Zeit für die Ewigkeit haben wollt, dann seid ihr mit dem Hawk Vantage auf jeden Fall bestens bedient. Das Glas verfügt außerdem über eine Dioptrienverstellung. Das heißt, wenn ihr eine Sehschwäche habt, könnt ihr euer Auge auf diese Optik einstellen. Der Zoom-Hebel ist recht schwergängig. Es ist Absicht, dass ihr nicht versehentlich die Vergrößerung verstellt. Von 4- bis 12-fach. Ich werde oft gefragt, welche Vergrößerung brauche ich denn eigentlich? Es ist schwierig. Ich kenne Schützen, die mit 32-facher Vergrößerung auf 10 Meter schießen. Und ich kenne Schützen, die mit 6-facher Vergrößerung auf 100 Meter schießen. Ich sage immer, es kommt auf die Größe des Ziels an. Und wie weit ihr entfernt seid. Wenn ihr jetzt einen Reiskorn beschießen wollt auf 10 Meter, dann macht eine 12-fache Vergrößerung Sinn. Wenn ihr jetzt allerdings einen Elefanten auf 100 Meter treffen wollt, das könnt ihr wahrscheinlich auch mit der 4- oder 6-fachen Vergrößerung machen. Also es ist nicht so einfach pauschal beantwortet. Aber mit einer 12-fachen Vergrößerung sind kleine Ziele auch auf 50 Meter wirklich noch gut zu beschießen. Das sind so meine Erfahrungswerte. Wir haben einen Mittelrohrdurchmesser von 25,4 Millimeter. Das ist wichtig bei der Auswahl der Montage. Wenn ihr hier auf der Website jabolo.de in meinem Shop seid, seht ihr hier drüben auf der rechten Seite die passenden Montagen dazu. Für 11 Millimeter Prismenschiene und für die Picatinny Schiene. Das sind die, die halt eben passen. Da könnt ihr euch dann auch drauf verlassen und euch gleich die passende dazu raussuchen. Das Mittelrohr ist 14 Zentimeter lang insgesamt. Also das heißt von hier bis hier. Ist für die Leute interessant, die eine einteilige Montage verwenden wollen. Das heißt, die meisten einteiligen Montagen, auch die, die wir im Shop haben von SportsMatch UK und von Hawk, die sind 12 Zentimeter lang. Das heißt, die wäre ungefähr, ja, ich sag mal diese Länge. Und dann habt ihr immer noch die Möglichkeit, leicht zu variieren, wie ihr genau das Glas ansetzt. Denn wenn ihr mit der Montage zum Beispiel in ein vorgebohrtes Loch der Prismenschiene gehen wollt, das ist halt eben nicht verrutscht beim Prellschlag, dann seid ihr mit einer einteiligen Montage natürlich etwas eingeschränkter. Also das ist mir wichtig, dass ihr das mit beachtet. Aus dem Grund haben wir grundsätzlich nur die zweiteiligen Montagen angezeigt. Aber wenn ihr da Unterstützung braucht und unbedingt eine einteilige haben wollt, dann findet man da auch eine Lösung dafür. Hier vorne findet die Parallaxenverstellung statt. Ganz wichtig, bei Jabolo.de findet ihr eh keine anderen ohne diese AO-Bezeichnung. Denn AO bedeutet, dass ihr die Möglichkeit der Parallaxenverstellung habt. Parallaxenverstellung ist dafür da, dass ihr selbst hier vorne am Objektiv auf die Entfernung genau scharf stellen könnt. Wenn ihr jetzt eins ohne AO habt, dann ist die Parallaxenverstellung automatisch auf 91 Meter, also 100 Yards eingestellt. Das heißt, wenn ihr auf 10 Meter schießt, habt ihr ein schwammiges Bild. Ihr könnt zwar da schießen, aber ihr werdet es nie richtig scharf haben. Deswegen empfehle ich die gar nicht ohne die Parallaxenverstellung. Und ja, habe ausschließlich die AO bei uns im Shop gelistet. Ich wollte euch noch die Bezeichnung erklären. 4 bis 12-fach, 4 bis 12-fache Vergrößerung mal 40. 40 Millimeter ist der Objektivdurchmesser hier vorne. Ihr habt die Möglichkeit, auch im Zubehör auf Yabolo auf der rechten Seite findet ihr auch noch Flip Caps. Das heißt, die lassen sich dann dran schrauben, vorne und hinten, lassen sich dann auf- und zuklappen. Im Lieferumfang enthalten ist zwar diese Plastikkappen mit dem Gummiband, die man auch drüber machen kann. Ich selbst habe dann immer das Problem, dass ich, wenn ich mal meine Gewehre geschossen habe, habe ich eine ganze Menge von diesen Gummibändern überall herumliegen. Ich weiß nicht mehr, welches zu welchem Gewehr gehört. Oder ich suche es eigentlich meistens, finde ich natürlich zum Schutz um einiges praktischer, wenn die fest drangeschraubt sind. Und ja, ich sage mal, ihr dann nach dem Schießen direkt verschließen könnt, in die Gewehrtasche packen könnt. Aus meiner Sicht das sinnvollste Glas in der Einstiegsklasse, wenn es noch ein bisschen günstiger sein soll und die Distanz nicht so groß ist, könnte auch das 2 bis 7. oder das 3- bis 9-fach nehmen. Sonst finde ich die 4- bis 12-fache Vergrößerung richtig universell geeignet und kann es absolut empfehlen. Soll es von meiner Seite aus gewesen sein für heute. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Schaut auf jawolo.de vorbei. Wenn ihr noch Fragen habt, meldet euch bei mir. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Ciao, servus, sagt der Gandhi.